...Kunst e.V. präsentiert Bletzelfest Backstage e.V. 2014. So, Bletzelfest 2014 ist 19. Wir sind jetzt beim Samstag angekommen. Und der Joker des Festivals kann man quasi sagen. Sie sind allgesprungen. Sie haben extra ihr Dreistarte-Tournee von Frankreich, Deutschland und alle Benelux-Länder abgeblossen, um hier bei mir zu sein. The Perfect Crime. Vielleicht stellt euch gerade mal ganz kurz vor. Mikros gibt es gerade bei uns. Geht es? Ja, hallo. I'm Axel Vanity. Joey Gans. Andy. Alvin. Das war kurz und knapp und die Stimmung ist schon fast am Boden. Und Männer. Was macht er von Musik? Wir werden die Musik von Guns N' Roses in den 90ern feiern. Und ich sehe, dass es noch etwas ist, aber ich weiß nicht, wo unser Drummer eigentlich ist. Ich dachte, er geht ins Toilett mit seiner Freundin. Wir werden die alten Guns N' Roses-Songs spielen, die die Leute wollen und die Leute lieben. Also, ich übersetze es mal ganz kurz für die, die dem Angelsächsischer nicht ganz so firm sind. Der Schlagzeuger, der muss gerade, glaube ich, noch Börse-Termine wahrnehmen und sie spielen im Prinzip Guns N' Roses-Sache. Wenn man euch jetzt, leider Gottes, hier verpasst, ist Soll Your Light Giver, die das nicht schaffen hier aufs Festival, weil es total überlaufen ist. Wo findet man euch im Netz? Also übersetzt, Slash und Perfect Crime spielen bei Facebook. So ungefähr, so viel habe ich verstanden. Was habt ihr noch alles so auf dem Programm? Was sind die Projekte? Was ist turmmäßig noch argsachbauisch? Also, die Jungs, die sind garantiert noch beim MTV Headbangers Ball mit dabei. Jetzt sind sie aber erst mal schon ganz heiß, um jetzt die Bühne zu ändern. Und dann als erster Act heute hier am Samstag beim 19. Plätzlefest, die vielleicht beste Band vom Plätzlefest, aber die mit Abstand beste Tribute-Band heute hier beim Plätzlefest. The Perfect Crime! Thank you very much. Kleine Kunst e.V. präsentiert Plätzlefest Backstage-E.V. 2014.